Leistbare Sportlichkeit mit Fahrspaß, das garantiert die Modellpalette im Autohaus Ford Danner. Bei der diesjährigen Jena-Ausstellung feierte ein Special Guest seine Premiere. Das Highlight der heurigen Vienna Autoshow, der neue Ford Puma Multi-Breed. Premium Qualität im Hause Danner. Das innovative Design des neuen Ford Puma begeistert mit durchdachten Details und einem markanten SUV-inspirierten Look. Darüber hinaus ist man mit ihm besonders effizient unterwegs. Der moderne EcoBoost Hybridantrieb macht's möglich. Viele glauben, unter Elektroauto ist ein rein elektrisches Fahrzeug gemeint. Wir reden aber von elektrifizierten Fahrzeugen und das ist da, wo der Puma eben einsteigt. Und das ist die Zukunft. Er hat weniger CO2, weil er eben durch das Boosten des Elektromotors in der Beschleunigungsphase günstiger kommt. Und parallel dazu ist im Prinzip der Diesel, die 6D-Tent-Diesel, sind zukunftsorientierte Dieselmotoren. Und jeder, der seine Mobilität für sich selber entscheiden möchte, sollte kommen, sich das anschauen und testfahren. Und genau das ließen sich die Besucher nicht zweimal sagen. Die Meinungen? Durchwegs positiv. Ja, das ist genau der Zeitpunkt, wo du eigentlich das Grinsen aus dem Gesicht rausgehst, wenn du in das Auto einsteigst. Erstens auch das Vorfälligen. Man merkt im Endeffekt nicht wirklich, wie schnell, dass man dann auch einmal unterwegs ist. Einfach top, ja. Super, ich würde gar nicht mehr aussteigen wollen. Der geht bergauf sehr gut sogar. Und das ist ein 6-Gang-Getriebe und das hat mir gefallen. Und der beißt richtig gut an, wenn man das kennt, wenn der Hybrid einsetzt. Also das elektrische ist angenommen. Man sieht es am Schirm, ob er jetzt dazu schaltet, ob er mithilft oder nicht. Ein sehr kompaktes Auto mit, ja wirklich modernem Display, guter Straßenlage und man muss schon sagen, der Hybrid, der boostet das Auto schon noch. Also er hat genug Schmalz. Die neuen Modelle sowie die gesamte Servicepalette bei Ford Stunner überzeugen in jeder Hinsicht. Also wenn sich jemand entscheidet, wieder neu mobil zu sein, dass er was Neues kaufen möchte, in jeder Phase haben wir was. Leistbar, nachhaltig und für die nächsten Jahre sicheres Fahren. Mit den neuen Technologien der Marke Ford.